Also innerhalb von kürzester Zeit Umsatz 20% gesteigert, vielleicht noch kleine Hilfe, die Betreiber denken sogar daran, aufgrund des großen Erfolges eine ganze Kette zu machen. Erfolg war so immens, 20% ist eine Menge. Was haben die denn gemacht? Nackte Kassierer. Da wäre aber eher der Umsatz rückläufig. Ja, wahrscheinlich. Ja, da freut er sich jetzt. Die dürfen da auf Kredit kaufen, die lassen anschreiben. Wie in einer Kneipe praktisch. Ja, gibt es bei uns auch. Da gibt es so riesige... Genau, die Kunden dürfen einen Deckel machen. Was heißt denn Deckel auf Österreichisch? Ah, Deckel, richtig. Ist aber falsch, die Antwort. Ne, ne, klar. Was kann das denn sein? Etwas, was es sonst nicht geben kann, nicht geben darf und was auch auf keine andere macht, scheinbar. Also ein Serviceangebot. Wenn Sie überlegen, das als Kette zu machen, muss es doch... Ach, der Supermarkt wäre was für dich. Wirklich? Es gab Alkohol umsonst. Ah, dann meinen Sie vielleicht Luise Koschinski, die immer einen Mann sucht. Die machen also gleichzeitig da Partnerschaftsvermittlungen in diesem Supermarkt. Geil, alte Frauen im Kühlregal. Ja, das wäre gut. Holger, holger, holger. Oh, ne, guck mal, da ist die Plastikpackung offen. Nehmen noch zwei von der blauen Düse. Das ist eine sehr schöne, hübsche Vorstellung. Die kleben da so drin, so in diesen Dingern. Renate steht dann hier drauf. Mist, oder Horst. Ich nehme noch zwei Blonde und eine Brünette. Ja, ne, schön wäre es, aber vielleicht sehen die ja die Sendung und sagen, oh, das machen wir. Keine Idee. Vielleicht haben die ja...